Danke, dass ihr dran geblieben seid, falls ihr mich noch nicht hört. So, die Weiber sind freigeschaltet, es gibt was zu essen, die kochen nämlich gut, nein, nur zum Spass. So, ich glaube, wir versuchen es nochmal, so, jetzt nehme ich die, schauen was ich die kann, und ich will mal den Bösen, mal schauen ob wir den kriegen, hallo Topsy, wie geht's, schön bist du dabei. Valera gegen Gul'dan. Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Seid auf der Hut. Also, wie kann ich hier aus Kampfschreifen, aus Kampfversuchen, ich will mal sehen, den weiß man aus, oder? Was, Kopfnuss? Lass einen feindlichen Dinner auf die Hand eures Gegners zurückgehen. Aha, das ist ja so, ok. Wow, jetzt kriegen ich mal geile Karten. Gut, mir geht's gut. Jetzt, wo ihr da seid, geht's mir sogar noch besser. Ok. Weiß ich das? Zieht eine Karte und ihr leid zwei Schaden, ok. Ich will was ausprobieren. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja. Gut gespielt. Ja. Danke. Bitte. Oh, Entschuldigung. Ja, mir auch. Viele wurden begangen. Ja, das könnt ihr entscheiden, ob ihr Smashens, Splatoon oder Mario Kart spielen. Ich werde euer Tod sein. Ja, das sage ich auch immer, wenn Sterbsorgvertreter kommen. Viele wurden begangen. Ja, viele wurden begangen. Ok, Mario Kart 8. Dann Smash und dann, solange wir wollen, Splatoon, Splatfest. Seid ihr einverstanden? Erstmal als Idee. So, ich habe eigentlich nichts. Das heisst, ich kann nichts machen. Noch nichts machen. Ich finde es ja Stoss. Ich komme ganz neue Karten. Sind die Karten auf den Charakter zugeschnitten? Oder wie? So. Was macht ihr? Ja, das mache ich jetzt. Genau das mache ich jetzt. Ne. Das sah mal geil aus. Klingt nice. Gut, was habe ich eigentlich vorgeschlagen? Ich weiß es schon nicht mehr. Ach ja, Mario Kart zu essen. Ja, Mario Kart. Und ab Schluss Splatoon und das dazwischen. Das dazwischen. Okay. Schon lang nicht mehr so ein gut besuchter Chat. Stream. Vielen Dank. Oh, noch einen. Okay. Ich bin fertig. Der Kling zog grausam. Der beiisst so eine Lederhattage ins B. Nein, ich habe erst einen. Mist. Nein, das mache ich noch nicht. Kannst du einen Tauch anlegen? Okay. Eins von zwei. Doch, habe ich jetzt. Okay, oder? Ja. Ja. Uh, kriege ich Angst. Schau, ich habe zwei Krokodile. Hey! Wirst du auf damit? So, ich glaube wir ziehen. Nein! Wir ziehen noch nichts. Null Mana. Wir haben ja doch. Unser Team. Und dann. Den. Geil. Los geht's. Wir haben jetzt auch einen Demo. Haben wir rein den Platz. Das war's. Gut. Der hat ja voll und wieder gebracht. Okay. Langsam checke ich das Spiel. Aber nur langsam. Aber nur langsam. Soll ich den oder den zurück bashen? Wer weiss es? Wer weiss es? Wer weiss es? Wir fahren mal an mit was. Moment mal. Los geht's. Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Soll ich den? Nein, das bringt nichts, oder? Dann bashe ich mal den. Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Ja. Soll ich den zurück bashen? Oder tönen? Weiss es jemand? Wobei. Wobei. An dieser, ja. Auf den. Ja. Los geht's. Ja. So ist es. Ich hab noch drei. Aber es nützt mir nichts. Dann halt so. Das war's. Das war's. Oh, wie war das ich nicht. Was ich nicht schon gemacht hab. Hey, hör auf! Hey, hör auf! Hey! Was ist das? Hör dich mal auf. Hä? Na toll. Ich hab mir den Bogenlicht aufgeschlüsselt. Ja. Das will ich ja. Ich habe nicht genug Mana. Was? Ah, Mist. Geile Animation, muss man schon sagen. Hm. Jetzt du. Geht's. Das war's. Für Nasiata. Jetzt darf ich verlieren. Nein. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Ein Schuss. Ein Brenner. Oh. Hey! Gib mir eine Minute! Nein. Los geht's. Ja. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt noch besiegt. Oh Mann, wie viele von denen hat der denn noch? Oh Mann. Versuch's jetzt nochmal. Ich dachte nicht, dass es schon so schnell geht. Aber ich versuch's nochmal. Naja. Was soll's ja machen, ne? Ich glaube, ich versuch's mit dem anderen. Mit der. Jo. Versuchen wir's nochmal. Träber Murloc zusammen. Mhm. Rühr ihm Mana an. Schön. Jaina gegen Guldan. Jo. Eure Seele wird mir gehören. No. Ihr habt es so geballt. Oh. Oh, die behalte ich. Den lassen wir weg. Den lassen wir weg. Den lassen wir weg. Ton. Wie gewohnt. Mhm. Das war's. Ja. Nicht blöd fragen. Jo. Branddach. Okay. Ich kann aber meinen Feuerball loswerden. Den heize ich jetzt ein. Nein, ich kann doch nicht. Das nützt mir nix. Das nützt mir nix. Hm. Ich glaube die. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung fähre. Was ist das? Ich hätte ihn wegpingen sollen, ich Depp. Ja. Was? Okay. Jetzt ist es zu spät. Hat jemand den Arzt gerufen? Ah. Haha. Wir haben das hier in Schwierigkeiten. Hey, hör auf! Ich nehme, glaube ich, mal dich! Hallo! Die geschossen, oder? Ja! Ja! Und fährt es auch noch an! Läuft! 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 Dennis ist stolz auf mich, oder? Läuft! Autsch! Ja, aber die ist ja auch mehr Level als die anderen! Zieh zwei Karten! Machen wir das? Tun wir doch! Nein, ich glaube, ich beste zuerst! Moment mal! Zwei Stenping! Ein paar Karten! Und dann... Und dann schaue ich! Das war's! Aber langsam kann ich stolz auf mich sein, oder? Warte! 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 Oh! Hör auf mit dem, ey! Nein! 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 Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ja! Ich bin bereit! Aber ich nicht! Wir hätten auch gerne mal wieder einen Doktor! So! Sehr viel Spott! Das ist gut! Also gut! Wir pingeln mal! Den. Nein, das war nicht gewinnt, ich weiß. Dann... ...habe ich viel Pashen? Und... ...Portreiter... Den da drauf? Ist das ein Stahl? Wow! Scheint so. Toll. Und jetzt... Okay... Das war's. Das will ich jetzt wissen, wie diese Runde ausgeht. Ganz ehrlich. Ja, ja. Okay. Den Ping, oder den? Aber das Bot wäre auch mal nicht so schlecht. Okay. Den, oder? Den Boss, den Feind. Oder den Diener. Okay. Gut. Jetzt habe ich noch drei Mana. Das kann ich nicht tun. Du kannst. Ich glaube an dich. Okay. Lebe das! Das war's. Der Pet noch, oder? Ja. Ja. Zudem seien die Spezialfäcker geben ich echt auf den Sack. Du nicht nehmen Kerze! Komm auf! Ja. Das ist so. Ja. Gott. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschehen... Gott. Schnell und stark zuschauen! Gott. Gott. Ich habe nicht genug Mana. Das bringt nichts. Dann bin ich wohl fertig. Okay, wir spielen zuerst Smash, oder? Oder zuerst Mario Kart. Sobald ich hier fertig bin mit dem Zug, bin ich gut. Was? Was haben die alles? Okay. Nein, das wäre nicht gut. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschieht. Nein, okay, das machen wir noch. Und... Das war's. Der hat wahnsinnig viel Energie, muss ich mal sagen. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Jetzt kommt's. Okay. Das war's. Ich habe nicht genug Mana. Ich fliege! Okay, Paul. Bio Kart. Dann Smash. Ich bin und verliere. Toll. Ich bin unkonstensiert und verliere. Naja, macht mir auch nichts. So tragisch ist das nicht. So tragisch ist das nicht. So tragisch ist das nicht. Dann verliere ich. Ich glaube, dass ich bin da noch etwas anfle. Ich glaube nicht, dass ich bin am Feld. Und ich verliere ihn. Gut, also gut, es ist nicht gut, aber ja. Eine Stufe höher und deshalb geht es weiter im nächsten Stream. Also es hat Spass gemacht, ich danke, dass ihr dabei wart. Es geht weiter mit den Online-Parts und Call. Gut, ich bedanke mich für alle, die im Stream waren bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es zweimal gesagt hat. Gut, abonnieren, Daumen hoch, bis zum nächsten Part, bis zum nächsten Stream. Bis dann, tschüss!